Und da kommen wir auch schon wieder zurück. Das ist das, was ich meinte. Das ist meine Aufnahme-Auflösung. Ja, war natürlich Quatsch mit 1050. Also 1050 wäre es, wenn ich mit 16 zu 9, äh, 16 zu 10 aufnehmen würde ich nicht mehr, aber mit 16 zu 9 auf heißt also, es soll doch 100 Pixel mehr weg. Ja, wie gesagt, ich werde es trotzdem hoch ändern, also hoch skalieren. Das ist übrigens der Befehl, mit dem ich das Ganze konvertiere. Also, wer da mal Bock hat, kann sich diesen Befehl da mal ein bisschen zu Gemüte führen. Also, da kommt natürlich hier noch ein bisschen was hinzu. Sprich also, das kommt hinzu. Voilà. Und das ist praktisch das, was dieses gesamte Kackgedönst mir umkonvertiert. Und damit dann gleichzeitig auch skaliert. Und diesen Befehl kann ich halt jedes Mal wieder einsetzen, ohne dass ich beim Programm immer wieder die Parameter einstellen muss. Und das macht halt diesen ganzen Konsolen-Kackgedönst ultra einfach. Und wo wir gerade schon mal bei der Konsole sind, schaut euch mal... Äh, ich weiß nicht, weil ich schweif gerade ab, von welches Programm, was ich euch zeigen wollte, gerade gar nicht finde. Äh, c, 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 da, da. Dann zieht euch einfach mal, ähm, zieht euch einfach mal, zieht euch das hier rein. Sieht das nicht arsch-fick-arsch-geil aus? Ah! Gute alte Dominell. Das macht Spaß. Egal. Okay, legen wir los. Nicht lange hier, äh, ihr wisst schon. Äh, Backpositoren, ja, macht Sinn. Das macht, das macht gut Sinn. Macht das. So. Nein, ich raged die, was ich meine. Nein, warte, ich will nur mal kurz gucken, hab ich jetzt die, hab ich jetzt die Oswald-Werse gestartet? Ne, hab ich nicht. Ne, hab ich nicht. Okay. Also ich will, ich hab jetzt die Kompetierung Oswald-Werse gestartet, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ähm, gut, okay, dann legen wir los. Mit Map 6. Ich erwarte noch gleich zwei Gegner auf uns. Und ein fucking Kack, ähm. Boah. Geschenkgutscheinkarte von imp.com. So, hier geht es weiter, hier geht es auch weiter, nein, geht nicht. Und hier geht es weiter. Oder auch nicht. Es geht also nur bei einem Punkt weiter. Leckmilch am Arsch. Oh, stimmt, der wird wappen mir auf Armour. Aber wirklich nur relativ selten. Da ist nur noch einer. Habe ich doch gesehen, habe ich doch gesehen, habe ich dich doch. Das aber auch noch. Ja. Ist er jetzt frei? Ja. Dann gibt es Krieg. Uh. So, hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Also geht es wieder nur in eine Richtung. Und das sieht mir aus wie eine Falle. Ach man, Alter. Ich hasse Levels, die direkt mit der Falle beginnen. Ach so, man kann, ne? Jawohl. Ha! Aufgetrickst, die Tricks Falle. Falle, meine ich doch. Na ja, kommt mal her. Äh, da war ich jetzt eigentlich. Ich muss ja wieder runter, oder? Oh, nö. Ich habe es hier extra zu mir gelockt. Ich glaube es nicht. Ja, alle weg, alle weg, alle weg, das wird nicht mehr, ach so kacke. Ja, meine Nase juckt, meine Nase juckt, ich kann nicht belegen. Scheiße. Scheiße. Aller weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Ja komm, komm. Nein, 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 nein. Da wollte ich nicht, da wollte ich nicht, danke schön. bitte geht doch alle weg danke schön ist noch mehr ja diese transparenten fischer die denken die sie nicht aber in wirklich sehe ich sie nicht ging eigentlich das war ja relativ gut war das ja ich habe noch was nein 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 du denkst wohl du bist hier weron der felddusch oder so gott damit danke jetzt ein bisschen amination na nicht ich hab das immer gespiegelt also ich würde es nicht gespiegeln wegen weil die symmetrie und so wo geht es hier bei acht das wird es ja aber keiner riederkampf oder weil da ist etwas da ist etwas hier sieht es aus wie ja jetzt auch etwas ist aber anders aus da ist etwas und das etwas heißt also hier ist auch noch was komme ich hier rein nein 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 hier hat man sogar schon was nein egal noch ist alles zu hat das ist alles safe also safe ich auch mal mit einer waffe die nicht gut geeignet ist für ungesagte sagen egal kommen das ist ein arena kampf also was von einer redner kampf auch zu kacke alle weg 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 du scheiße warum wollen sie ich bin ich überhaupt ich habe verloren verloren okay dann muss ich das mal ganz gut gucken ob ich das hier benutzen kann hilfe welche waffe nehme ich jetzt eigentlich die hier nicht gut aus nein nein danke weg mit ihr die habe ich immer wie sie ja kommen was denn jetzt auch leckt mich doch das war so ein guter lauf du kleine also ich bin auf jeden fall bei der waffe hier die scheitern relativ da wurde jetzt da relativ gut zu sein oder auch nicht oder auch nicht hallo ich sehe nichts dankeschön nein 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 wo bin ich jetzt hier wollte mich verarschen oder was okay ich brauche einen guten schutzpunkt hilfe da geht gar dahin jetzt kommt jetzt kommt alle hier ja ja hier ein bisschen barm und barm und kommt alle her ihr klein werdet euch alle wünschen dass ihr euch was gewünscht habt ja wünscht man das gibt's doch gar nicht wirklich verarschen ich hab doch du auch du schlappe ich brauche ich brauche eine kasse rum ich brauche einen rum ja stirb doch okay 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 jetzt jetzt taktisch vorgehen los ronny bleibt in bewegung in bewegung bleiben immer in bewegung bleiben immer in bewegung bleiben bewegung ronny bewegung setzt sich verfickt noch mal in bewegung ihr müsst weg ihr klein bitches ich nehme alles was ich hier bekommen kann das hier zum beispiel alles danke 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 für die blumen wo sind denn die ganzen fücher eigentlich jetzt hallo da da weg kommt weg weg verkürzt ich ich habe meine mutter nicht egal komme ja komme nein nicht du mich ich dich doch damit gibt es noch mehr alle weg alle weg alle weg alle weg alle weg 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 gott was war das denn jetzt gerade bitte gott damit das ist alter alter was zur hölle ich hasse arena kämpfe ja wow das sie ich jetzt nach meinem tod ist ja beruhigt ist ja wohl wo geht das weiter ach da auch okay aber hoch geht es nicht mehr oder es gibt ja genau so weiter wie es aufgehört hat leute seid ihr eigentlich noch gar dich bitches ich hau euch ich muss hier raus 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 muss hier raus hallo gibt es kommt man sagt ja klar leute nein fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you okay also ja das sollte kapitel besser kommen alter was macht ihr jetzt hier mann okay also da kommt vielleicht für die ganz viele für die waffe in die hand und dann wird es abkommt und die schießen alle instant natürlich ja kommt doch her hallo okay okay jetzt hier jetzt 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 ja war also weihnachten und oster ist vorbei speichern und jetzt ach komm komm chloride ich setz dich doch avantда du scheiße fuck fuck Alter oh Cinnamon hat überhaupt funktioniert äh die ja da da nein äh ... Ich bin gegen Harakiri. Fuck ey. Welche Waffe nehme ich denn? Also, ich muss erst mal mit der BFG aufräumen. Und dann... Bitte Kettensäge durchgehen? Nee. Scheiße, Alter. Jetzt soll ich alles perfekt haben. Das macht Spaß. Komm her. Ja, Tom, trau dich doch, du Hurensohn. Äh, ihr Bitches. Komm doch, schieß doch. Ach, du Kacke. So, da ist jetzt noch ein Rüberwennend, denke ich mal. Ich, äh, das ist kein Safe, also kann ich auch nicht speichern. Allerdings bin ich hier... Ach so, hier war ja auch noch ein Monster. Ach, nö. Äh. Äh. Hallo? Na gut, ein Monster alleine geht immer noch. Oh, es ist ein Secret. Es ist ein Secret. Ein Secret. Gut, dann werde ich das den Ort hier gleich mal nehmen und... Ach, schau mal an. Um zu speichern. Um zu speichern, um zu speichern. Und jetzt geht's los in die dritte Generation. Was ist hier eigentlich? Was? Ich hör was. Ich hör was. Achso. Äh. Nein. 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 Fuck you. Ich mach dich sowas von Döner-Teller jetzt. Komm her! Du kleiner Stück Scheiße! Äh! Wah! Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht hier. Ihr seid doch alle irgendwie ein bisschen schief gewickelt. Seid ihr doch alle. Ach du Kacke. Wow, ich hab 9% leckt mich am Arsch. Darf ich jetzt selbst mutter gehen? Alter, das gibt's doch. Nein! Hier ist nichts vom Erleben. Und da sind wahrscheinlich überall Gegner. Ich hab Angst. Was mach ich denn jetzt? War unten noch irgendwie Gegner? Äh, Gegner, klar. Als wenn ich nicht so genug hätte. Ab, runter. Äh. Ach so. Das Ding gibt ja glaub ich auch nochmal 100%, oder? Nö, ich einfach mal. Jawoll. Oh, oh. Ihr seid doch alle krank. Nein, nein, nein. Kommt auch noch Gegner. Alter, wut mich verarschen. Weg, 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 weg. So, und jetzt ganz schnell nach oben. Äh, ich hab wieder 200% lebt. Das ist schön, das ist fein. Da werden wir alle Gangster sein. Du kommst weg. Du kommst weg, komm weg. One Punch Man, Alter. One Punch Man, das ist das gefällt hier. Er kommt. Ich krieg immer mehr Wut zu spüren. Bitches. Wo, 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 wo seid ihr eigentlich alle? Komm, komm, versuch's erst gar nicht. Ich werde dich alle, äh, ich werde euch alle, werde ich eigentlich, was mache ich eigentlich hier? Komm, 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 komm. Einfach alle weg hier. Es müssen alle sterben. Früher, das bitte müssen alle sterben. Nein. Ich zerfick eure Mütter. Äh. Ihr kommt jetzt als allererster Brand. Ihr kommt als allererster Brand. Meine Fresse. Gut. Okay, okay. Okay, 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 okay. Okay. Mit, wie viel mit Anaphis und mit, mit deiner Mutter im Gepäck. Gibt's manchmal auch Schreck. Oh. Äh. 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 Ja, komm noch. Holy shit, Alter. Ja, komm her. So sieht's aus. Meine Fresse. Goddammit. Was das? Nein. Es klingt zumindest nicht so. Da komm ich nicht hin. Okay. Ach, da ist die Tür. Okay. Ich zieh mich mal mit. Ist hier noch was? Nein. Auch nicht. Okidoki. Dann... Und hier. Evolution. Woh. 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 Musik. Kinder. Klavier. Tschüss. Schö Tanf. Okay, okay, das hätten wir schon mal. Wow. So, für euch reicht die hier vollkommen aus. Dankeschön. So, da geht's nicht weiter, hier geht's doch stein. Okay, auch nicht. Na komm, kommst du. Jetzt macht aber mal halb lang hier. Jawoll. Und speichern. Komm, 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 was ist hier los? Wo kommt die da her? Ach so. Ja. Okay. Also ich hasse diese ganze Fall. Okay. Hier gehen wir jetzt hier auf den Sack, geht's hier weiter? Nein, da geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Hier geht's hier weiter? Ja, okay. Okay, wo geht's mal? Hier? Ja, ja. Verkehr. Da geht's weiter. Oh, doch nicht. Dankeschön. Perfekt. Einmal alle sterben bitte. Wow. Ich glaub, mein Rechner würde mich jetzt gerne vergewaltigen. Er schockert wie GAU. Äh, wie GAU. Besser fick ich GAU? Ahhhh, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Oh. Das sieht gut aus. Neee hee hee. So, ich hab noch 15% Rüstung und volles Leben. das gefällt mir schon fast raketen wieder runter kann man nicht also geht so geradeaus okay nein 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 ich bin weg okay okay also hier ist irgendwo ich muss gucken ab wo die was machen die denn wie wir sind sie überhaupt ich muss erst mal ich muss erst mal der punkt wo ich kann wo war das denn da war was da kann ich rein da hinten auch die raketen also ist naheliegend sie auch mit raketen zu besiegen naja also ja klar alle von diesen roten fischern ihr habt doch alle geworfen nein da war so fucking die man ruhe da war ein fucking team in ruhen die wand an ist bezahl auch im bar ok jetzt kommt jetzt reißen wir ja wo da einer da ist einer das macht was 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 ich habe wie soll ich dann so viele füße mit einmal bewegen vor allem ich komme nicht so weg ich renne einfach mal ganz kurz auch so hier kommt weg ja noch nicht kalt los ich will euch alle leiden sehen nein nein ich hab offiziell keine ahnung wie das machen soll aha das zweifel als gedacht und wird jetzt hier gelandet hier bin ich da aber wo denn so auch nein 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 das wird nichts ich habe war ich habe noch einen angriff alles mal alle meine alle meine 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 eine hoffnung von der erste weggesprung der vier hinter die city sicher vor allem davon war mindestens 20.000 mal ich wollte die kack dankeschön ich brauche erst mal leben kommt aufgeschissen woraus habe ich die 50 mal zu bekommen oder was das ok danke das war's jetzt hallo ich finde ich auch noch was so alles safe ich glaube ich werde heute diese bei maps aufnehmen also diese bei level das ist ja hier heute ist ja mal wieder also ich glaube jetzt mal ich glaube die nächste aufnahme die ich mache mache ich erst mal wieder mit project brutality da kriegst du ein herzkerzkasperler dankeschön hier ist gar nichts also nichts was ich brauche so geht es jetzt eigentlich weiter ach so na gut das war natürlich eine verschwendung ich habe mich nicht verschwendet wohin geht es eigentlich weiter also hier waren wir hier war auch ach so stimmt damit wir haben ja die gelbe karte bekommen dann gucke ich mal nach einer gelben tür da oben ist einer wir haben gerade mal zwei der drei fünfte der gegner und steht also noch eine harte zeit bevor wahrscheinlich so wie ich die mal kenne genau 04 ohne genau macht mir aber vermutet so wow Du bist doch kein Gegner für mich. Du bist sowas wie eine Wochenendverschäftigung. Ich höre ein Kacko-Deemon. Ah! Ah! Äh, Hilfe! Ich glaube, ich bin... Nein! Nein! Wow! Okay. Also diese Map ist definitiv nicht fürs Springen gedacht. Ach, nö. Äh... Ich gehe mal davon aus, dass man das Ding hier so rührt. Deswegen werde ich da mal kontra vorbeigehen. Einfach so hier. Oh. Nein, Mann. Nein! Jetzt geh doch mal weg hier. Gott! Ich will doch nur noch Waffe wechseln. Äh! Oh! Oh, die Däge... Äh? Scheiße! Äh... Wie ich euch zerfickt habe. Wie ich euch zerfickt habe. Zerfickt! Hallo? Oh. Äh! Gott! Äh! 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 so danke ich sehe dann nichts doch ein paar kinder sind da aber es ist einfach so dunkel dass ich wahrscheinlich die gegner gar nicht treffen werde hat das noch einer okay ich krieg kein blut mehr nicht 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 festhängen das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut wo bist du denn jetzt da na komm da komm bleib mal stehen hier ich hau dir gleich eine rein jetzt reicht es mir alter ich raste gleich aus was ist denn los mit dem fisch hier aus jetzt ich bin so gut wie tot das ja auch noch weiter mann diese verpasst gegen mich nein 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 feierabend aus ende nein jetzt reiz mir ok an die kohle ist relativ gut dran ja der weg der geschichte und an den hier auch relativ gut ankommen ist seitlich arbeite da sind wir oder was ja es ist mir aber ich habe keinen bock mehr ok hier bin ich sicher ach so die kann auch nicht durch doch können das ist denn das eigentlich meine freie hat jetzt einfach hat er immer mal denkt man hat einen besiegt kommt einer kommt neuer das ist echt eine map für fortgeschrittener ich glaube ich hätte dieses mit definitiv nicht auf 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 nightmare spielen sollen äh nightmare ultraviolet meine ich ach du kacke das ist ja wirklich also entweder liegt es an doom4doom dass doom4doom einfach ein etwas erhöhtes niveau hat oder aber die map als solche sind einfach zu fucking awesome so ich brauche und hier bietet sich zwar nicht wirklich was an aber ich mache das hier so na war klar klar war klar dass wir kommen alle weg alle weg alle weg nein du auch du auch ja wir haben endlich vier fünfte ich kann die zahl immer noch nicht leben dankeschön ok 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 die perfekte symmetrie mann ich hasse so war aus jetzt nein nein ich muss alle weg aus jetzt geht aber weg hier wo bin ich da bin ich ja so die lieben mich auch noch nein 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 du das gibt es doch gar nicht ok ok dankeschön ich treff nicht jetzt reicht's mir alter ich stehe einen meter vor diesem skin entfernt und treff nicht vor diesem rumzappeln was es ist schon wieder welche gespawnt ernsthaft jetzt doch nöö hehehe neiggers digga ich fick eure mutter komm her ich hab nur noch deine mutter to So, gefickt habe ich euch. Alter, was ist denn das für eine Map? Ach ne, er lebt noch. Na komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Dein Leben kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Ja, ja, versuch ich. Ja, nein, 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 nein. Haha, okay, jetzt gibt's ja was, kriegt ihr. Ja, komm, 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 ich möchte euch alle haben, ich möchte jeden einzelnen von euch zerficken, möchte ich euch. Diese, diese Demon Ruhm wurde mir von Gott geschenkt, von Gott, sag ich euch. Und jetzt werdet ihr sehen, was es heißt, ein Rolli zu verärgern. Oh, da ist dieser, 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 dieser rote. Ich fahre, ich war nur noch so ein roter Riese. Genau den meine ich. Komm her, komm her, komm doch mal her. Ist er jetzt tot? Und was wirst du für eine? Ja, bringt mir jetzt nicht allzu viel, aber... Okay, was kommt jetzt so? Ich spreche jetzt drinnen mal ganz kurz. Geht's da runter? Wahrscheinlich, ja. Ich geh mal hier lang. Na, war klar. Ich sag jetzt mal ganz kurz noch hier so. Weil wenn das Problem ist, das Viecher ist so... ach so, ja. Das Viecher ist so langsam, hier kostet jeder Unwäg unglaublich viel Zeit. Hä, aber hier gehst du auch noch so weiter. Och nö, was mach ich denn jetzt? Aber ich hab doch... Moment mal. Ich bin doch über die Karte rübergelaufen. Hä? Ist das nicht der Lernz, oder? Komm. Was eine Scheiße. Ich bin doch über diese verfickte Karte rübergelaufen, oder nicht? Ja, guck mal, wie die hier ruhig liegt. Alter, nö. Da hab ich schon mal zwei Demon Ruhnen direkt zutatnandert. So ne Scheiße. Alter, ich glaub es nicht. Du Arsch, krieg jetzt mein gesamtes Zorn ab. Komm her. Ah, komm her. Ah. So. Ja, ja. Schließ mal ruhig deine Falle hier. Hier ist sowieso keiner mehr. Der hab ich wohl schon alle umgebracht. Und du bist der Nächste. Scheiß Map. Da ist ein Schalter. Es kann also doch noch eine Falle werden. Ich hab keine Lust mehr. Ich speichern, was ich das habe. Ich speichern, was ich das habe. Und. Und. Keine Gegner da. Uah. Hä? Hä? Oh, die. Uah. Äh. Hallo. Hallo. Oh komm jetzt hier. Oh komm jetzt hier. Darf der Kim erzählen? Jetzt wird hier durchgerockt. Wo weiter? Da. 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 Ähm. 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 Ja. Ich nehme Schaden. Das war logisch. Ach so. Die treffen mich immer bevor ich sie treffe. Alter, die wird spielen, ne? Das ist so unfair. Da kommt her. Da kommt her. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Komm 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 raus. Was ist hier los? Hallo. Äh. Kriegt euch mal einige kleinen Hosen geschittenen. Ohne Scheiße. Ihr seid doch alle nicht mehr. Dich 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 nicht mehr. Ha. Verficken tue ich euch. So. Ach so. Das ist wieder der Raum. Aber von wo kam denn die? Nein. O komm. Er ist aus hier. Halt. Halt. Nein. Nein. Wo ist meine Tatrolle? Boom. Gott. Holy Shit, ey. Also eins von diesen beiden oder beide ist wahrscheinlich der Unterschlupf von diesem Kack-Revenant. Die Frage ist nur, wie werden diese Dinger ausgelöst? Schon wieder per Line-Diff, das Junge von der Sonne Linie ist, die ich überdrehte und dann BUM! Was ist denn Bullshit? Guck mal ganz kurz hinter mir. Da ist die andere Tür, da ist die andere Tür. Ja komm. Hä? Exit. Also das Ende von der Bib haben wir schon mal gefunden. Es wird auch noch mal Zeit. Die Frage ist nur, wo ist das Tor? Mann, eyyyyyyyy. Oder war da gar kein Tor, oder was jetzt? Boah, Alter, wie war das denn ich? Jetzt rechnen wir. Komm her, komm her. Komm, nein, 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 nein. Aber wir haben jetzt hier komplett aufgeräumt, oder? Halt und ich wollte mich jetzt bloß noch hier drauf konzentrieren. Okay. Merken wir uns? Ach, okay, okay. Hä? Ach, die teleportieren sich aber auch noch. Ach, leck mich doch. Ach so, von die Camoto und welche, oder? Nein, 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 nein. Ich bin ja noch alle. Äh. Ach, Scheiße. Kommt ruhig alle her. Oh Mann ey, ihr seid doch alle. Das funktioniert so nicht. Alter, boah, da, 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 die Spawner überall! Ach, nö, komm, das wird nichts mehr. Ja, 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 ja. Okay, wo ist das Ziel, wo ist das Ziel? Da hinten, oder? Ja, da ist ein Teleporter, der eingekettelt ist. Oh Mann! Oh Mann! Mann! Oh, Alter, ja, komm. Fotze. Ja, hier ist keiner, das heißt also, die man tatsächlich rein teleportiert. Ist das behindert. Ich muss also so schnell wirklich stark an sich zu nehmen. Hä? Das war ja. Hä? Mann! Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß. Das macht Laune, ihr Ficker. Ja! Ja, komm her! Ja, nein! Du darfst herkommen. So... Mann ey! Ja! was zur helle will ich nicht von mir ja komm hier ist papi hier ist papi halter was ist denn jetzt hier was 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 kann man diese kack scheiß arsch kanacken fotzen bitch nutten fallung viel abschalten oder austricksen oder weg ficken oder was jetzt hier das geht doch gar nicht wir sind noch mehr ich höre gespenster ok ok ja ja dankeschön das ging jetzt einfach als gedacht das hätte ich mal vorher sagen können ok danke diese map wurde echt von datan geschaffen so da kommt jetzt noch drei so ne fücher raus und hier ist noch einer den ich erledigen muss also yak wow hier wird man noch nicht alle kommt so offen geht doch danke nein erst mal werde ich mir jetzt jedes fack item auf der map rauf saugen ja ich will sie so richtig ausbeuten alter was war das bitte schön für eine map was ist das für eine map warum tut die so was wer findet so was warum tun die mir das an was ist hier los mit euch warum habt ihr keinen kaffee getrunken apropos kaffee ich hab mal kapo noch nicht getrunken naja ich will sich auch nicht na wow haben wir noch sequels ja noch zwei stück da ist noch ein secret wo hier nicht wo denn ach da was war das ja die habe ich natürlich auch sehr stark verbraucht alter aber das ist ja hässlich dieser 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 ich weiß nicht wie heißen die die hier diese ähm na sag schon äh diese 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 totenschädel verschießen keine ahnung wie die lalala keine ahnung wie die jetzt heißen aber auf jeden fall die deren äh demon ruhen ist ja mal komplett behindert äh ich muss nach da hinter mir ok ok das ist ein schalter den ich nicht drücken kann da ist etwas was ich nicht drücken kann da gibt es einen geheimen weg den ich nicht sehen kann ok doch ich muss hier runter das klingt ja so komisch aha als wenn ich das geahnt hätte als wenn ich das geahnt hätte also ich wollte schon sagen diese zigwitz hier ist relativ intuitiv wenn man weiß wo noch mal suchen muss dann ist sie relativ gut die frage ist nur wo ist jetzt das da ist ein geheimgang da ah ist ja nett ist ja sogar der nett ist ja mal richtig nett okay ich akzeptiere diese entschuldigung der map ja ja also ich meine ich habe ja auch ein herz ja ein herz für tiere sozusagen abteilung mistkäfer na und in anbetracht des übergroßen herzens das ich besitze für mistkäfer nehme ich diesen versuch diesen sehr sehr gut gemeinten versuch wenn auch etwas misslungenen versuch gerne zur kenntnis und würdige ihn durch ein nicken dafür dass ich so penetriert wurde von der map ich lauf im kreis ich lauf eiskalt im kreis wo muss ich hin durch die gelbe tür musste ich damals genau da ja scheint richtig zu sein und jetzt so aha ja genau jetzt müssen wir hier unten in den fluss rein und dann sind wir schon fast da ähm ja halt so das macht sinn na komm alter ja ja komm hier gibt es auch schon wieder mehrere türen egal damit darf sich der zukunftsroni rumschlagen äh wie lange haben wir aufgenommen keine ahnung achso ja ok na dann tschau mit v äh hallo hab ich das gedrückt nein ok tschau mit v version 2 ähm oh ja ok ja 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 äh ich hab die festgestelltaste aktiviert im spiel jetzt tschau mit v take 3